Hallo liebe Freunde unseres Kanals. Unsere ersten Kacheln sind da. Es wird doch höchste Zeit, dass hier mal etwas vorwärts geht und die zeigen wir euch gleich auch mal. Diese Kacheln dort, die kommen wohin, Schatz? Die kommen am Boden, im kleinen Badezimmel hier. Und dann sollte es noch einen Anlass haben mit grünem Muster, das kommt dann an die Wand. Okay, das sind die aber nicht? Nein, und diese hier, die kommt hier auf den Boden, im Gang. Der ganze Gang wird mit Muster sein. Die anderen sind vielleicht oben. Ja, dann gehen wir da gleich mal gucken. Aber sollten die nicht auch in der Küche? In der Küche, die sind hier am Boden und an der Wand in der Küche. Okay, okay. Und genau dieselben, für die Küche am Boden hatten wir auch andere. Wir haben immer zwei Pakete. Genau so war das. Das Grau gehört zum Grün und dann haben wir auch noch solche, auch grosse mit Beige und das gehört dann zu dem mit der Küche. Okay, okay. Ja, also vier verschiedene Kacheln im Ganzen. Und immer zwei gehören zusammen. Einmal klein, also einmal ohne Muster, gross und einmal mit kleinem Muster. Ja, so war das. Ja, und der Boden wird dann hier verlegt. Dann kommt dann die Dusche rein. Dann gibt noch was zu tun hier. Müssen wir mal Gas geben. Hier tun wir nach oben. Ah, da sind noch mehr Kacheln. Und es wurde mir gerade noch mitgeteilt, dass der zum Verlegen morgen kommt. Okay, wie sind die mit dem grünen Muster? Ja, da muss ich mal hochkommen. Schön, schön, schön. Was hat er gesagt? Hey guys, start tomorrow. Yes, it's going forward. Da mit dem grünen Muster. Ah ja. Soll ich das aufmachen? Nein. Schon nicht. Was machen wir morgen? Ja. Sonst haben wir morgen kein Content mehr. Man kann das auch im Internet nachsehen, wie die ausschauen. Ja, sehr schön. Ja, das ist das grüne für das Badezimmer, das ist schön. Killed green. Hier noch die Glasbohrsteine. Und das sind die für die Küche, die sie leben. Mehr Bs, siehst du hier. Ja, genau. Die grossen. Genau. Aha, so langsam geht das was. Wo kommen meine Handschuhe dorthin? Das sind die Teile. Und wir hatten hier wirklich nur zwei Farben? Nein, drei. Also einmal das Grün. Ja, das ist grün. Das ist schönes Grün. Das ist alles grün. Dann haben wir das Zionblau. Hellblau. Und dann sollte noch gelb sein. Gelb. Sehr schön. Damit die Sonne durchscheint. Sehr, sehr schön, hast du das ausgesucht. Und es gehompt ja hier an die Wand. Ja. Sehr, sehr schön. Mhm. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll wird das. Ja, Schatz, es geht vorwärts hier. Ja. Ehrlich gesagt habe ich so langsam auch die Schnauze voll von unserem Apartment und so. Ich will endlich hier anfangen zu leben und hier anfangen zu arbeiten und so. Ja, unser Mini-Jacuzzi steht hier noch in der Küche. Ja, habe ich auch schon mal erzählt. Völlig overpowered für unsere Zwecke eigentlich. Aber ja, günstiges Angebot. Und unser Finanzminister auch nicht mehr Nein sagen. Schön, schön, schön. Gut. Sind Sie zufrieden? Erstmal. Ich weiß nicht, ob wir eines zu viel haben. Bestimmt sogar. Toni hat gesagt, wir bestellen von allem ein extra und keine Risiken eingehen. Dann können wir später auch noch was passen. Und dazwischen leben die Weissen von dazwischen. Ja, die Farben geben nur so einen kleinen Spritzer in die Wand. Ja. Gut. Okay. Okay, ja. Der Karpenter ist ein bisschen, ich glaube. Wir sind im deutschen Video, richtig. Ach so. Ja, ich rufe den Toni noch an und frage, was mit dem Schreiner los ist. Aber vorher gebe ich den Arbeiter noch ein Bier aus. Und dafür lasse ich die Tasche mal hier. Ein Bier mal raus. Schönes Coral. Eins der besten Biere der Welt. Und falls Coral die Firma Interesse hat an Werbung, wir würden gerne Werbung für sie machen. So, und das Bier geht jetzt an den letzten Arbeiter, an den Victor. Er macht einen Hammerjob hier. Andere Arbeiter haben schon diese Komforte. Da, 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 da. Nice, 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 nice. 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 Okay. Ah, fuhr das Travajo. So. Ja, das hier sind jetzt... Und soll es noch abgedichten? Ja, ja. Totale Wasserabdichtung. Das sind jetzt die Betonpfeiler. Und zwischen die Betonpfeiler kommen dann unsere Balustras. Die Balustras habt ihr ja schon gesehen. Die sind hier oben drin. Und die Balustras kommen dann in einem Abstand von 14 cm. Ja, ziemlich gut, ziemlich gut. Ja, hier werden dann morgen alle ganzen Kaffeln verlegt. Aber das Loch dort, das muss dann zugemacht werden. Ja, das muss dann mit der Balustras haben die Blankenpaste. Da haben sie zugemacht. Und die Balustras waren gerade mit auf die Flache. Ja. Und den Boden. Ja. Ja, das ist noch wichtig, das müssen wir gleich nochmal ansprechen. Ja, ganz schön viel Beton haben wir hier. Ganz schön viel Beton. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das Haus sich nicht mehr zu viel setzt. Aber ja, die Chancen dafür sind relativ gering, weil das alte Steinhaus war auch schon recht schwer, war auch schon viel Beton verbaut und das hat hier ein paar Jahrzehnte gestanden. Ja, ganz schön. Ja, ganz schön. Ja, ganz schön. Herzlich Willkommen Jungen 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 Abonniert